Wir können einen Part-Time-Job in den Daycare-Center nehmen, wir können von dem Bus-Stop Stimmt, wir können heute wieder 4.000 verdienen mit dem Daycare-Center Aber der Part-Time-Job ist übelste Quatsch Wir können 20.000 am Nachmittag verdienen, wenn wir in den komischen Dungeon reingehen Also eigentlich sogar noch mehr mit den ganzen Materialien, die wir da kriegen Warum sollte ich einen Part-Time-Job nehmen? Abhängig davon, dass du die Spielzeit spart Aber von Zeit-Effektivität im Spiel her würde ich immer in den TV gehen Oh, Yusuke... Yusuke wird bestimmt, dass wir mit ihm rumhängen, wa? Wollt ihr wissen, dass du nicht in Samigawa fischst? Welchen Fisch würdest du von diesem Ort bekommen? Es ist ein bisschen schrecklich, wenn du mich fragst Wenn du mir über die Fischungen gehst Wenn du einen fischst, dann fährst du sie mir nicht, okay? Wollt ihr irgendwo gehen? Wollt ihr irgendwo gehen? Eligore muss ein Chariot sein, oder? Es ist Chariot, sehr gut Dann können wir das machen und mit ihr dann gucken, dass wir mal mit ihr den Social Link erhöhen Wenn wir das von mehreren Seiten kriegen Mehrere Optionen Also doch Wollt ihr nicht? Wollt ihr einen von deiner Klassiker, der interessiert in diese Frau? Oh? Was ist das Problem? Wollt ihr, warum sie auf dem Ruf? Wollt ihr über ihre Hobbys? Wollt ihr über ihre Träume? Wollt ihr über ihre Träume? Yooo Yo Bancoon Whatcha doing? Es seems Gie ist busy Since you have Eligore, Person of the Jericho County field can become closer Free version of Gie is going to become closer soon Will you spend the afternoon? Yess Dann komm mit mir. Gia sieht glücklich. Samigawa Riverbank Oh, da bringt sie uns hin. Das sieht aus wie ein guter Spot. You know, für Training. I need to hone my kicking skills or I won't be able to use them in battle. I tried practicing at home but my mom and dad yelled at me for putting a hole in the Joji. So, you know, the time to train, right? Right. Yo, thinks so, too. She looks really happy. So, let's train together. No? I'm cool with it. I guess so. What a pain. I'm cool with it. Yeah, thanks, Blankun. Looks really happy. That thing you know from that time. I mean the shadow that came out of me. I feel pathetic knowing that's another me. Makes me feel like I gotta work harder. Let's do it. Between you and me will be unstoppable. This marks the beginning of your training with Gia. You feel the relationship with Gia has grown a bit deeper. Level up. Kriegen wir irgendwann auch dann irgendwie ein Triple Dragon Attack oder sowas, wenn wir gut genug zusammenarbeiten? The G-Satokana Social Link has reached Level 2. The power to create Personas of the Chariot Arcana has grown. G-Growth of Heart has affected her Persona as well. Rebellion. Tomoe learned Rebellion. Let's start today with Frog Leaps. Come on. You try some. Oh. Froschsprünge sind hart. We trained with Gia for a while and walked part way home with her. Oh. Er ist zu Hause. Hey. All the things you should be used to live here by now. Hi. You bored? Well, have a seat. Ah, mit dem kann man auch hin. We haven't had time to talk like this since you got here, huh? Nojima is desperately casting about for a topic we will discuss. Well. How's school? That's fun. I see. That's good to hear. The school this will be over before you know it. Make sure you have fun while you can. Nojima is nodding for himself. What else? Oh yeah. How's about your friends? Looks like you've made plenty of them. Tojima is groaning. I'm not saying who you can and can't hang out with, but. You know what I'm talking about, right? Say it straight out. You don't have enough courage. Aha. No. Are you being straight with me? I can't tell if you are playing dumb or if you really are that dense. Business signs. For some reason, wherever there is an incident, there you are. I wish I didn't have to consider this, but the killings began around the time you came to town. What? My job is all about admitting the random element. I look at the facts. If you keep getting caught up in my job, then. What's wrong? Wow. Biggro didn't do anything bad. I know. I didn't mean it like that. But. You are bullying him. Oh, Nanako. Oh, Nanako is on our side against the father. Oh, she is so sweet. I'm not bullying him. We were just having a little talk. It's getting late. Go to sleep. Okay. Sheesh. She's really taking a shine to you. Look. Just don't get yourself involved in anything dangerous. As long as you are safe, everything is fine. Your parents didn't ask me to raise your grades or anything. It seems Dojima is generally worried about you. You feel a faint bond falling between you and Dojima. Oh, there's also a social link. Yo, what? Also this admin from a social link. Though you are in i'm Do. Though you have established a new bond. Which brings you closer to the truth. so shall you blessed in creating persons of the hero fan. Oh. Can you do so theoretically as a support? zu kriegen. Weil bis jetzt war ich glaube ich mit sehr sehr vielen von denen, die du Social Link machen konntest, die konntest du dann auch als Mitstreiter rekrutieren. Weil OJIMA kann ich mir das nicht vorstellen. So richtig. Things you might be a little different from what you are used to, but this is a good town. Though it's a little dangerous right at the moment. Now then, it's about time for you to turn in. Get some sleep. Night. Duft also heute nicht mehr studieren. Oder? Ne, duft man nicht. Da hab ich glaube ich dann ziemlich spät erst gemacht den Social Link. You overhear students talking. Ich finde übrigens gut, dass da Bypass drauf steht. All this rain. I hate rain. It's supposed to keep raining until this evening, too. Speaking of misery, midterms start next Monday. They even post the results up for everyone to see. Oh, don't worry about it. Your life isn't going to be ruined by one little piece of paper, is it? What? How can you possibly believe that? Getting good grades has benefits when interacting with people. Talented people really are more highly valued in society, aren't they? Das haben wir also heute die Wahl, ob wir heute studieren, ob wir heute Nachmittag studieren und abends den Midnight-Channel gucken. Das ist ja wahrscheinlich die sinnvollste Variante. Die andere Variante wahrscheinlich irgendwas mit Freunden oder ähnliches machen oder arbeiten und dann abend entweder studieren oder Midnight-Chanel gucken. Mr. Hosoi, have you picked up the latest edition of Bully Teacher yet? Of course I did, but it's raining today. I hope I can get it home without getting it all wet. So does anyone have an extra book cover? They'd be kind enough to lend me. Whoops, I have to start the lecture. Don't try to distract me by talking about books. Today we are going to discuss Kokoro by Sozeki Natsume. Open your textbooks. Before we get to the actual literature, I'll ask a question about Sozeki himself. How about Line-Chan, the city boy? Oh shit. Do you know how Sozeki Natsume translated the English phrase I love you into Japanese? I love you? I love you, that would pass. The moon is... Oh God. Sozeki Natsume. Sozeki Natsume. Sozeki Natsume. Sozeki Natsume. in der Meiji-Zeit. Das ist glaube ich was, was jemand, der in Japan aufgewachsen ist, wahrscheinlich weiß. Aber das kann ich, also ich als Europäer weiß das einfach nicht. Berge, Herkunft und Ausbildung, ich der Kater, Rondo To, hmm. Natsume, ich liebe dich. Ups. Der Mond ist schön. Der Mond ist schön ist der Synonym. The moon is beautiful, isn't it? You gave the answer you think is correct. Oh, you're very knowledgeable. Yep, he translated it as The moon is beautiful, isn't it? By the way, the person who translated it as I could die was Shimei Futabate, another prominent Meiji-era writer. Though he translated it from Russian, not English. It's still similar in that they didn't do direct translations. Back then in Japan, there wasn't the same direct expression of love that we have now. So they had to get creative. It's a subtle, endearing translation, much like the Japanese language itself. Anyway, let's get back to Kokoro. You gave the correct answer. The knowledge has increased. You hear thunder rumbling. Hey Chie, I bought you a new copy of that trial of the Dragon Flick. It was the greatest punches version for 980 yen. If I knew that, I'd just replaced it instead of buying you grilled steak. Okay, die hat wohl Angst vor Blitzen. Ha ha ha, you're freaking out way too much. Come on, shouldn't weather like this help with your Kung Fu training? A bolt of lightning would hit and it'd give you the inspiration for a new move. There was a scene like that in your DVD, wasn't there? You jerk! You don't even care how I feel! Bestimmt, sich darüber lustig zu machen, dass jemand wirklich Angst hat vor sowas, ist nicht nett. Das ist auch nicht nett. Und da ist das Licht aus. Ich glaube nicht, dass bei einem Stromausfall ein Einkaufszentrum offen hat. Der wird bestimmt gleich angerufen, dass er heute nicht arbeiten muss. Es ist von meinem Manager. Hallo? Yosuke-kun? Some of the power in the store is out after that lightning strike. Could you come in early today? All the refrigerated shelves have stopped running. Oh, scheiße. It's looking like we'll have to close up the produce section early today. Wait, what? But my pay. Anyway, I need you here to help deal with this mess. I'm counting on you. Goodbye. Wow, also also unsere Produce-Section ist wahrscheinlich dort, wo frisch hergestellt wird, wo frisches Essen irgendwie gemacht wird, vermutlich mal. Weil es ging ja auch um tiefgekühlte Sachen, dass die Tiefkühler ausgefallen, oder die Kühlschräger zumindest ausgefallen sind. Wait. Also so viel zum Bonus wahrscheinlich, weil er nicht genug produzieren kann. Was schaust du mich für? Warum hat das zu passieren? Karma. Hey, Yukiko. Können wir einfach nach Hause gehen? Chie, weißt du diese Geschichte? Eine Frau hat ihr Hausverarbeit vergessen. Also hat sie in der Schule in der Mitte der Nacht geflogen. Aber sie brauchte plötzlich das Bathroom. Sie hat in die Mädels in die die Lichter wo alle die Lichter ausgelaufen waren. Keiner sollte da sein, aber im Schicht. Halt es da! Was are you talking about? Jetzt weißt du, warum sie solche aufgerissenen Augen hat, wenn sie solche Geschichte erzählt kriegt? Huh? Es ist eine Ghost-Storie. Ich dachte, du sie magst. Ja, aber warum erzähl es jetzt? Chie, auf der Verge von Tränen. Was sollst du tun? Tell ihr eine andere Ghost-Storie. Lass es, sie ist zurück. Komm für sie. Danke. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Warum hast du einfach einen Schuss-Kort dich nach Hause, Chie? Hast du mich gefühlt? da ist Licht wieder an. Perfekt. Chie und Yuki-Ko lieben in a hurry. Okay, rainy night ist wahrscheinlich heute. Chie, es wird nicht auf dem Dach sein, aber wir können, glaube ich, trotzdem das Mädchen auf dem Dach fragen, nachdem, was ihr heute tut, weil wir durften ja einmal brutal fragen. So wie ich das mitgekriegt habe, war, glaube ich, die Aussage. Da ist eine neue Quest. Ne, das ist eine Quest, die wir schon angenommen haben. Das sind die Sportl, die hier rumstehen. Oh, Ben, don't you start to feel all sluggish before tests, not like people in sports bother to study anyway. Ey, das finde ich jetzt gemein. Ich studiere schon. Ich kümmere mich schon drum. So, wir gehen direkt, würde ich sagen. Weil hier ist nämlich nichts. Aufs Dach. Okay, heute ist sie nicht da. Heute sind nur die Meteorologin. Okay, an der Regen nicht heute sind sie nicht da. Dann brauchen wir da nicht mehr reinschauen. Let's go. Regenischen Tagen haben wir auch keinen Sport. Logischerweise. Und vor der Testphase darf ich eh nicht in keinen Club beitreten. Also, ach ne, im Moment noch nicht Leave School. Wir wollten hier in der Bibliothek. Wo ist die Bibliothek? Wir haben called in Guidance County in die Bibliothek. Das war, glaube ich, in der ersten Etage. Wir wollten die Bibliothek studieren, um abends in Midnight den ganz gucken zu können, um uns auf die Tests vorzubereiten. Was davon ist in der Bibliothek nochmal? Müsst ihr jetzt die Sachen lesen können. Ich glaube, eins von den beiden hier in der Ecke war es. Ah, hey, Library. Spend, yes. Wir sitzen in der Bibliothek. Let's go. Azugami High Library. You were able to solve a difficult problem. You know, just increased. You study while you're pouring rain and crashing thunder blocked out all distracting noise. You know, just increased. Oh! So, X percent, you were able to study more efficiently. You know, just increased. Wir haben noch kein Level abgekriegt vom Knowledge. Das ist ja schade. Stopped raining, but the thunder was loud. Were you scared, big bro? Nöööö, schade. Oh, die Märends hat fast. Was? Yes. Looks as if she's not doing anything. Since you have Archangel Person of the Justice Arcania, you too might get along well. If your relation with Nanako is going to become closer soon, we'll spend the evening with Nanako. Oh, found. Okay, yay, Nanako looks happy. Let's have a thing with Nanako abends unternehmen. Das ist ja interessant. Ähm, big bro. Nanako's fidgeting. What's wrong? Looks embarrassed. Are you an only child? Nö, bin ich nicht. Hm, then do you have a little sister? I do. Hm. You do have one. Nanako looks disappointed. Whygo they told me that our family won't get any bigger. But now I have a big brother. Nanako beams at you with a smile that covers her entire face. To that smile, you feel your relationship has grown deeper. Direkt noch ein level up hinterher. I can do it. Can I do it? Nanako auch in the TV nehmen kann? Do Nanako to Jima social English reach level 2? Your power for justice arcana has grown. Let's talk big bro. I want to hear about your school. Expect you to talk to her. You decided to talk about various things. Good night. There's gotten late so you put Nanako to bed and went to your room. Oh shit. Da kann ich aber den Midnight Channel nicht gucken. Nein. Aber der hatte sowieso schon gesagt der Regen hatte aufgehört und da sollte auch kein Midnight Channel kommen. There's a Sunday so you don't have to go to school. You wonder when it'll rain at night again. Your first term midterm starts tomorrow. What should you do today? Wahrscheinlich mich drauf vorbereiten. Would you mind hanging out with me for a while today? I need to get my mind off of studying for a bit. Strongest most power than affinity for the chariot arcana. The strongest most power of the personas. Can see the power of the personas of the chariot. Slime as chariot? Nata Taishi Eligo Aramitama Ne, ich würde mich heute eher darum kümmern dass wir vielleicht noch ein Level Up in Knowledge Skill kriegen weil da muss wir nicht kurz davor sein. Ich passe Okay Sorry if I bothered you see you at school Chi hung up Meislam wahrscheinlich mit Chi was gemacht Spent with Yozuka Yozuka read it home went straight home went straight home went straight home spent with Mary went straight home Meislam ist nur hier zuhause geblieben The test is coming soon if you get a good grade do you want to study all day to prepare for the test Yes Since now coming close you decided to focus and spend the rest of the day studying The knowledge has increased There is still time left You decided to challenge a difficult problem The knowledge has significantly increased Since you had to remember you studied more efficiently The knowledge has increased The reason that you have spent a long time studying This should be enough for today We have no level up Shit We have no level up 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 Nanako seems to be lost in thought Wait for her to speak up Wait for Nanako to speak up on her own Nanako fidget Okay I made flowers at school yesterday They said today is mother's day Okay My teacher told us that today when you give your mom flowers Okay She has no mother That is a problem I don't have a mom So I don't know what to do with these flowers Nanako seems upset Nanako seems upset You can give them to her Give them to her Give them to her dad Give them to me Give them to her dad Give them to her dad Sehr schön I wonder if dad will be happy to get them It is so feel good when man Nanako dinge macht Nanako seems happy You should make a flower too big bro Well Then we can celebrate mother's day together Nanako told you how to make an origami flower We did it You placed the finished flower on the table along with a letter to dojima It is getting late so you put Nanako to bed and headed back to your room Okay Today is the test time I have prepared More or less The first term midterm begins today and continues through Thursday You should hurry to school I have not gotten the levels up because I think the levels are really the important things So old is the feel between Morning I am finally starting today real life harsh If you studied for them Can't you tell me Do I look like I am ready? But even once Excerpts are over we are not done with the case All this depressing stuff just gonna keep going And on and on and on Morning Midterms day one What is it called when muscles grow after exercise? Overcompensation? Glaub ich You feel you are choosing the correct answer What is the year before one AD called? One before Christ I feel you have chosen the correct answer Jetzt kommen die ganzen Sachen nochmal, die wir bis jetzt schon beantwortet haben irgendwann, das ist ja fies Midterms day two Midterms day two Which of these types of numbers does not exist? Marriage numbers You feel you have chosen the correct answer Who just said I love you as the moon is beautiful, is it? Oh Wen hatten wir da vorhin? Doseki Natsume Doseki Natsume Doseki Natsume I feel you have chosen the correct answer Which of the following is the biggest mountain in the solar system? OLYMPUS MONTH OLYMPUS MONTH So It's finally over Vier Tage Test schreiben Uh, what a load off I bet every student feels like this after exams are over Hey quiet down What? Wieso? So what did you write for number seven? The one about what that referred to in the sentence? Um I put her sorrowful expression Oh crap Then I got it wrong I put the rice cakes on top of the table Also wie hängt das zusammen? What the fuck? Rice cakes? Wait Was that what the story was about? Alright I'm giving up on composition I'm gonna bet it all on geography What did you choose for the tallest mountain in the solar system? Olympus Morns Ah, seriously? I chose the wrong one Oh, G.A. Holy, that would be knapp Oh, I got that one too Woah, you too? And it's probably the right answer Boy, I can't wait for our grades to be posted out in the hall where everyone can see them Geez Hey, did you hear? A TV station is filming here in town Oh no! Jetzt kommt der nächste Arc Kapitel 2 geht los They're probably just doing more stuff about that hanging corpse case No, it's not that You know the highway nearby? They're gonna cover those biker gangs that hang around there Oh, and then you'll probably get a motorcycle Or get the chance to get a motorcycle Because it's about the bikes gang A friend of mine goes to the bikes meeting sometimes I heard it from him Dude What are you doing hanging out with a guy in a bikes gang? Well, anyways What do you think about tomorrow's group blind date? We were gonna meet outside, but it's gonna rain soon, right? Won't it be better to play it safe tomorrow too? Group blind date? Biker gang? Oh yeah! They raise a ruckus from time to time I guess your place is too far away to hear them Probably We live right by the road The noise can drive you insane I hear some guys at this school are part of it too What? Yeah I know there are some rumors about a first year student here Who's a total Hellraiser Hellraiser? One of the guys working at Jeunesse Said the dude's been a legend ever since middle school Although Was he in a biker gang? Did Did you say he was a legend? Oh, Yukiko Yukiko is for bad guys Uh It's not what you think, Yukiko Ach so, wegen ihrem Prinz, ne? The day was a fine day of me, Thomas You have no choice but to wait for another rainy night Okay, wir speichern erstmal So, heute regens aber nicht Also, ich hätte ne Chance Ja, wahrscheinlich So, heute regens nicht Das heißt, wir können aufs Dach gehen Und die Dame fragen Was sie auf dem Dach macht Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt Okay, das wird wahrscheinlich wieder jemand Zeit mit uns verbringen Die Spur-Dudes Oder Halt andere Leute Ich bin echt Bad Zumindest mein Humor Denn Humor ist auf jeden Fall bad, Xander Das ist auf jeden Fall korrekt Und daher bin ich schon bei meinem Da hätte es da bestimmt ne Chance gehabt bei ihr Ähm, genau Sie The one of your class Who's interested? What's the matter? Ask a boy where is on the roof? What are your hobbies? What are your hobbies? Don't know, playing with animals I guess It doesn't seem like nothing anymore today Okay Wir können jetzt mit Chie rumhängen Wir müssten aber eigentlich mal jeder Geld verdienen Weil da wäre halt immer noch das Kämpfen das Einfachste Oder halt die Sol- Weil es wurde gesagt, wir sollen die Social Links auch machen Wir machen jetzt was mit Chie What are you doing? It seems Chie isn't busy It seems you have Eligor Ja, kein viel Spend time with Chie Let's train Samigama river You just had to train with Chie Oh right Today's the day Chie is enthusiastic today as well Oh, Nanako star What in the year? Oh Nanako-chan What are you doing? Training of course Training Who are you fighting with Chie? Um Myself I guess Just kidding Wow Cool You think? Haha Oh A grasshopper No way Where? It just landed on your back Get it off Get it off me Nanako took the grasshopper off Chie's back You don't like grasshoppers? I'm not good with anything with thin jointed legs Or anything creepy or squirmy Haha Now I can't get them out of my mind I can't stand those things But they are cute You like You are like Yukiko Oh see Cause Yukiko is fine around bugs But me I'd already lose it Kinda funny huh? It's hilarious Das mit weiblichkeit zu verbinden ist gemel Ist sinnlose sexistisch Aber ich würde es mit süß verbinden We don't have enough courage Ach come on Ich finde es aber schon ein bisschen witzig Oh, sie findest auch witzig, okay, a lot of kids in my class don't like bugs, it's not just you, don't worry, weil das mit dem Feminins verbinden ist quatsch. Oh, you don't know how happy that makes me, thanks. Come on, you wanna train too? Okay, let's start with form, I'll teach you Akata. Chi and Nanako began training, we sent Nanako home before it got dark. I'm gonna get over my fears of bugs, I don't wanna look like a sissy next to Nanako-chan. All I have to do is think of them as shadows, then I'll be able to grab a whole fistful. I just gave myself goosebumps. Getting used to bugs might take a while, but I won't lose to shadows. You feel she's burning passion, you feel your relation to Chi has grown yet deeper. Level up! Okay, ich glaube, die Level ups gehen deutlich schneller, wenn man die passende Persona dabei hat. Battle has been enhanced, she cannot perform follow-up attacks during, follow-up attacks during battle. When you knock down an enemy in battle, your ally will sometimes follow up. Oh! Nice! So, finishing your training, you walked partway home with Chi. Also, ich finde krass, wie viele Systeme sie eingebaut haben. I went shopping today, the fridge is full food. Hey, can I have a word with you? You go to Junes a lot. But, you know, that as Adachi keeps vanishing every now and again, I figure he's probably slacking off around Junes whenever he does. If you see him hanging around when you are at Junes, he's probably goofing around. So, if you see Adachi at Junes, tell him off for me, okay? Remember that you've seen Adachi in the food court before. The next time you go to Junes, you should be on the lookout for Adachi. Okay. You open the fridge. There's a variety of food inside. You could make a lunch for tomorrow. Spend even on making tomorrow's lunch. Oh. Ja, machen wir mal. Surprisingly, you have the ingredients to make meat stew. You decided to make meat stew. Wir kochen mal für alle. You only have to simmer it. Oh, shoot. Was ist denn Simmer? Moment. Simmer. Köcheln. Sieden. Dünsten? Was ist das? Schmoren. Schmoren. How should you simmer it? Simmer without a lid? Use strong heat. Simmer with a... With a droplet. Schmoren machen wir doch immer. Auf niedriger Hitze köcheln oder schmoren, ja. Aber das macht man nicht ohne... ohne Deckel. Und... With a droplet. Also... Und mit hoher Hitze auf gar keinen Fall. Von daher bleibt nur letzteres übrig. Gucken wir mal, was ein droplet ist. Droplet. Drop it. Droplet. Droplet. Otoshibuta. Ja. Ja. Dann auf jeden Fall. Das sind diese Holzdeckel, die die haben. Auf jeden Fall dann. The greens have been deliciously cooked to completion. Came out perfectly. It looks amazing. Obtain long simmered meats you. Eslarmation of purvasatation. I don't know why you are out perfectly the whole things, I can see. It's like the whole language that I can see here. Lunch break. You brought... Your lunch today. Do you wish to eat lunch with someone? Who would you like to invite for lunch? Wer ist denn Others? Who would you like to meet? Wir könnten Kuh Kuh Inviten Chie oder Josuke Josuke war Magician Ich würde glaube ich Josuke mal einladen Zum Mittagessen Der hat mir auch schon ein paar am Essen ausgegeben Der hat sogar mir High Rooftop You ate lunch with Josuke You ate long simmered meat stew together Damn that's good This is good Is this your recipe Ben? I only know how to boil eggs myself Was Josuke's favorite? You feel that your relationship is going to become closer soon Klasse beended for today You have no choice but to wait for rainy night You record taking a part time job at a daycare center A stop in shopping district Ich glaube wir machen heute mal wieder Daycare Center Wir kriegen mal 4000 Yen Und wir werden glaube ich noch Unsere Social Sachen Steiger Nachdem wir mit der Dame auf dem Dach geredet haben Was geht denn da ab? Ah really man You are so stupid der Josuke Okay Hier wird wohl mit anderen gequatscht Auch egal Das die Lieder sich so häufig wiederholen Das ist immer das gleiche Lied ist wenn du hier in der Schule bist Das macht Spieler dann ein bisschen anstrengend So dann fragen wir sie halt jetzt doch einfach mal Was sie auf dem Roof macht Wenn I just like it up here you can see the open sky it feels good doesn't it? It doesn't see you can ask her anymore today You should come back to some other time Ich hab sie alles gefragt was sie dann für sie fragen kam Weird Ähm Go into town Central Shopping District Moment Ach die Flatplains waren es stimmt Ich hab immer noch keine Ahnung wo ich die Angel herkriege Wahrscheinlich muss sie wieder zu bestimmten Zeiten an einem bestimmten Ort sagen Ich kann mit ihr ausgehen das wollte ich jetzt aber nicht Ich wollte im Shopping District Oh Gott was wollte ich nehmen Achso ich wollte meinen Parttime Job nehmen Yes Die Ausrufe zeichnen glaube ich immer wenn die mit einem was unternehmen wollen You helped out at the daycare center I don't wanna play house Let's play hide and seek you're it Yuta is full of energy Once again the children tug at you from all directions Your understanding has increased Ben Kuhn Most of the children have been picked up so you can go home now I see you next time You finished your job and went home Krieg ich heute mehr aber ich So dumm Ich weiß nicht ob ich irgendwie einen Bonus kriege wenn ich alle drei Tage da bin oder sowas On the way home on the summer gamma flood plain Oh das ist die Frau You see Yuta's mother sitting over there Oh Oh hello You were the caretaker I met the other day right? Oh It's already this late I've been sitting here all this time Something on your mind? Oh no It's nothing You're a high school student right? You seem so mature I was heading over there I was going to pick up Yuta But then something came over me My legs just went weak all of a sudden Every time I think about him Yuta's mother signs Have you heard? Yuta and I aren't related by blood Ah stimmt, das war die Stiefmutter He's my husband's child I've lived with Yuta for six months now Only six months Already six months We don't ever talk to each other My husband is away so Huh It's just the two of us alone together in a dark house That sounds tough Yuta's a good kid Scheint ihr vor allen Dingen schwer zu gehen Weil Yuta scheint's kind of okay zu gehen Wenn er im Kindergarten ist Deswegen muss ich sagen, das sounds tough I'm sorry, I didn't mean to tell you all this out of the blue But I'm glad you listened to me That you spoke with me Haha, it's sad, but these days I don't even get to have simple conversations like this Yuta's mother is smiling weakly It seems she is trying her best To adapt to living in the countryside Within the faint bond form Die ist auch noch ein social link What the fuck? Thou art I, and I am Thou Thou hast du established a new bond Thou hast du established a new bond Thou hast du established a new bond It bring thee closer to the truth Shall I be blessed with creating persons of the temperance arcana This isn't temperance Um Tem-perance Was Mäßigung Besonnenheit The young The young mother social link of the temperance arcana I This is a random I'm Arimanami I'm Arimanami Achso, jetzt nicht mehr Nice to meet you Please take good care of him Oh, that's right I still need to pick him up It was nice seeing you Bitteschön, kein Problem Evening Oh, wir machen wieder was immer The young men Recklessly riding their motorcycles Disturbing the peace of a quiet rural town Our special report took a turn for the violent When one of the apparent leaders attacked the camera crew Oh shit What the hell are you punks doing here? Moment, der war am Intro That voice The same show Get bent Still up to the same old tricks Den kennt der anscheinend Also das ist auf jeden Fall Der war am Intro Ah, well I know him through work Am Ende waren die früher irgendwann mal befreundet His name is Kanji Tatsumi He is quite a handful He has been crushing Biker Gangs in the area since middle school Crushing heißt aber zerstören Dass er Biker Gangs kaputt macht in der area But I thought he got into a high school and started attending class Hm Vielleicht is he in a high school Man, that blur is surely pointless It's completely obvious who it is The guy's family runs a historic textile shop Oh, der Klawattenladen, der geschlossen war die ganze Zeit I don't know what happened was He crushed the local bikers all by himself Because the noise kept his mother up at night Hahahaha Irgendwo hier kann meine Mama nicht schlafen Auf die Fresse Hm It's a nice gesture But he's way too violent At this rate his mother will have to apologize again Hm Oh The weather report showing on the bottom It's going to rain tomorrow Oh I'll make sure to hang the laundry inside the house Okay, scheinbar in dem Arc scheinbar noch mit dem zu Schein, schein, schein Ähm Woah It started raining I guess the weather report was right Yup That means the show's probably gonna be on tonight When's bis abends durchregnet I hope we don't see anyone Yeah, that'd be best But if we do, maybe we'll see some kind of clue that can point us toward the killer Well everyone, don't forget to check your TV tonight Got it? Wir werden auf jeden Fall den TV auschecken Seems to be another rainy day What will you see on the Midnight Channel tonight? Frage, was bis dahin tun? Oh, welcome home, Big Bear Warum dürfen wir nachmittags nichts tun? Okay, die Regeln verstehe ich nicht immer Ja Ich verstehe nicht immer die Regeln Wann wir nachmittags was Dinge tun dürfen wir nicht Es ist irgendwie weird Na gut, dann gucken wir uns mal den Midnight Channel an It's been a while since it rained through the night like this You should check out the Midnight Channel Watch TV in your room It's good Wahrscheinlich damit's auf Nummer sicher gehen Dass du nicht Bullshit gemacht hast Und dann theoretisch nach den Regeln Du darfst ja nicht zu erschöpft sein Um mitten und nachts noch Fernsehen zu gucken Das ist ja die Regel dabei Und ich vermute mal so haben sie sichergestellt Dass du halt nix Ne, du gehst nicht in den TV vor allem Das ist der Knackpunkt Wenn du in den TV gehen würdest Das ist blöd Und du hast keine große Möglichkeit was anderes zu tun Damit Ja, ist doch Das ist doch der der gerade im Fernsehen war Ja, da kann man doch an der Frisur und dem Kopf formen Ja Würde du Try calling Yosuke Ja Oh, es ist du Ich war gerade dich selbst zu nennen Also, was denkst du? Das war ein Mann, nicht wahr? Ja Ich wünsche, ich konnte was er sahen Wie er sahen Let's get together and talk more about it tomorrow Ja Du hängst ab Okay Du sagst, du gehst zum Abendessen Jetzt geht also der Gang-Arc-Log los Log? Kann ich mehr reden, ey 5 Stunden Wir werden jetzt ein Gespräch auf unserer Untersuchung des Serial-Kidnappings-Murder-Case hier in Inaba Dude Geh einen Atem Oh Dann macht das dieses Ort unsere spezielle Hauptquartier? Geil Ja, genau Schön gesagt, Yukiko Spezielle Hauptquartier Hm Das hat doch einen schönen Ring drin Übrigens sind wir gerade Sonntags im Einkaufszentrum Anyways Was war letzte Nacht? Hast du letzte Nacht gesehen? Wer war es? Ich sah ihn auch Ich konnte nicht eine gute Bildung der Person auf der Gesicht, aber es war ein Mann, nicht wahr? Ja Wir haben alle gesagt, dass du jemanden gesehen hast, der wie ein Hochschuler sah Also das ist, wie ich auf TV sah Ja Hm Warte einen Moment Ah, das ist wahrscheinlich wieder der Schatten von ihm Weil er wieder sauer wird auf die, auf die Gangs Und der Schatten sozusagen diese Wut Ne Manifestiert sich dann wieder Bis jetzt schon Bis jetzt schon Ja 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 Das ist ja 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 Und das Programm sah wie ein Low-Budget-TV-Show Ich habe mir gedacht, vielleicht war Teddy richtig Vielleicht haben wir den anderen Yukiko von dieser Welt gesehen Das heißt, er ist noch nicht gekidnappt Das heißt, er ist noch nicht gekidnappt Wahrscheinlich Wahrscheinlich Können wir versuchen Ja Ja Ich liebe es sagen, aber Ich glaube, wir müssen noch eine Nacht warten und sehen, was passiert Ahem Ähm Well, das bedeutet, wenn meine Deduktionen korrekt sind Ja, findet sie es raus Doch das Bild war schwer zu heraus Und wir können nicht sicher sagen, wer es war Es war definitiv ein junger Mann Ich meine, das war halt vom Spiel sehr offensichtlich, wie es zusammenhängt Aber das war halt für einen Spieler gemacht, damit der es direkt weiß Aber wenn das so ist, dann geht es komplett gegen unsere vorherigen Anwaltungen Ja Korrekt Wir haben genau das zu dritt zusammengereimt, was du dann nochmal zusammengefasst hast Dankeschön, Chiel Ich bin so wunderschön, Chiel Oh nein Mein wunderschön Hat sie sich jetzt noch ihr Musikantengnochen eingehauen, ja? Nicht wieder Sorry Was hat sie für Lachanfälle, ey Hat sie noch ein zweites Problem mit ihrer Persönlichkeit? Das ist, wie Yuki Go wirklich ist, hm? Wer hat es gedacht? Bei der Wege, über den Mann, den wir sahen? Ich habe das Gefühl, dass ich ihn vorher gesehen habe Sehr kurz auch Oh, ihr auch? Ja, ich habe das gleiche Sache schon seit letzter Nacht Na, wir schauen uns mal die TV wieder heute Abend und darüber nachdenken Ja Du kennst das Spiel doch nicht, dachte ich, Xan, oder? Ja 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 Okay, ich gucke mal alle zwei, die da zugucken, kriegen wir einen Link oder sowas. Ähm, Magician Ryoto is HeroFant. So, die body are involved in the murders. Nanako is justice. Der Fox is Hermit. It lives at the shrine and wants to fulfill the wishes on the Emma. Seems to be saving up money from the offerings at the shrine. Temperance Aeon, Merry. Friends of the Waverdroom is interested in the world outside. Hm. It's a bad influence on Nanako, but... Fiker Gang, those words sound kind of cool together. Okay, mit denen können wir heute nichts machen. So, dann speichern wir mit, dann speichern wir den Taken ab. Let's go. Swanker Gang, die Schu... Achso, ja, stimmt. So den Midnight Channel checken, deswegen durfte ich wieder nichts tun. Nicht plötzlich, aber ohne erkennbaren Grund. So, was sehen wir denn diesmal auf dem Midnight Channel? Zeig mal. Okay, sehen wir, wenn der kämpft. Fiker appeared. The image is unfocused. But you feel like you've seen him before. Oh, ich weiß, wer es ist. Ich muss mich nicht fragen im Spiel. Bloß der Charakter hat er noch nicht rausgefunden. Did you see that? It might be Kanji Tatsuni. Yes. Yes, ich glaube, das auch so. Ich wusste, dass ich ihn irgendwo gesehen habe. Es war auf TV, er war auf dem Special Newsreport. Yep. Er ist ein schrecklicher Typ. Er war sogar auf die Kamera, um zu schrauben. Yep. Okay, so we finally have a lead. Let's all get together tomorrow, okay? Oh, ich habe fast vergessen. Es ist ein bisschen offensichtlich, aber so lange, wenn du auf der Reihe bist. Geht, ob ich etwas fragen? Es ist etwas, was ich schon lange gefragt habe. So, was du denkst, über Yukiko und Chie? Ich meine, wir sagen uns nicht zu Worten. Welcher ist dein Typ? Oh. Wen würde ich eher daten? Chie oder Yukiko? Ich mag, glaube ich, die... Ich glaube, Yukiko mag ich äußerlich lieber, aber Chie vom Charakter tatsächlich. Und sie ist sportlicher. Ich glaube, ich bin eher bei Chie als bei Yukiko. Wobei Mary immer noch besser ist. Ich bin eher bei Chie. Ich würde, glaube ich, auf Neither gehen, weil ich glaube, ich wäre eher bei Mary. Die beiden sind halt Freundinnen und die will man nicht daten. Ich würde auf Neither gehen. Mary wäre eher der Typ. You told Yosuke your true feelings. Your courage has increased. Haha, kind of harsh, don't you think? Well, I kind of understand. They're great girls, but you saw their ugly sides right off. And I guess your first impression is the one that sticks. Ne, darum geht's gar nicht. Ich kann mit dem eindeutig Yosuke... Ich kann mit den... Mit den schlechten Seiten der beiden leben, aber sie sind halt einfach Freunde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ihre schlechten Seiten gesehen habe. Hey, aber nicht worry. Das ist nur zwischen dir und mir. Okay, sehen Sie morgen. Der ist genauso dörpig wie Ben. Wat? Wieso? Wieso ist Yosuke genauso dörpig wie ich? Moment mal. Außerdem wäre es Ben Kuhn, wenn dann schon, ja? Wenn wir hier im Thema sind. Und... Mit dem... ... ...